Hahaha ihr Rollfreunde! Obmann hier! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rock of Ages Fall! Bigger and Bolder! Ich hätte gesagt wir machen hier natürlich auch schwer und noch den Hürdenlauf Wir trauen durch den Ultima 10 Engelspell Engelsbolder Beste Ok los, 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 los und danach hätte ich gesagt gehen wir noch nach Egyptian oder sowas Genau hier vorbeischlängeln Entschuldigung, äh doch nach Ägypten Machen wir da noch das Duell fertig Dann können wir in der nächsten Folge da den Bossfight machen und uns schön hier vorbeischlängeln Woah, oh, oh, okay der war, alter, das war ein fieser Seitenblow Alter Spanisch-Belgischer Seitenblow Wäre mal richtig gemein Ja gut, kommt man hier rüber Ja, kommt man wenn wir angehalten kriegen ja, kriegen wir Oh, blänkenbrennen Ah, komm, da sind wir gleich drin oder? Ja, BAM, Motherfuckers da sind wir drin Schön reingeboldert Die brennende Giraffe, die hat keine Chance. Gar keine Chance. Fertig. Okay, los, los, los. Ja, perfekt, Alter. Warum bleiben wir stehen? I am Confusion. Okay, der Kanone ist immer auch schön gedodcht. Dann hier hoch. Hier wird nochmal belgisch geblowt. Uh, dann haben wir den Sprung geschafft. Danke, Löwe. Äh, nicht Löwe. Ihr wisst schon. Elefant. Bull of the Himmel. Da schön durch. Perfekt. Können wir da oben lang? Wow, Alter. Wir waren viel zu viel Speed, Mann. Alter, wir waren Speed. Okay, gut, dann halt am Sniper-Sperr vorbei. Blöds im Reden heute mal wieder. Ich habe auch nichts Neues. Boah, Alter. Da wird auch nochmal belgisch geblowt. Gar nicht katholisch. Oder richtig katholisch. Nein. Warum ist der... Nein. Oh, ich dachte, der Engelssprung wird noch rechtzeitig bereit. Oh, ich höre schon hinter uns. Da wird es belgisch. Oh, nicht vorbeiblauen. Nicht vorbeiblauen. Können kaputt machen. Aufpassen, die Elefanten sind ganz schön tollwütig hier. Dann einmal hier abkürzen. Hier rum. Ja, perfekt. Die Kurve gekratzt. Ja, Mann. Ja, Mann. Perfekt. Perfekt. Genau so läuft es bei uns hier. Okay, Runde 3 mit einem komischen würden Kameraglitch. Boah, was ist denn da oben? Okay, wir leben noch. Wir leben noch. Bitte keine Kanonen in den Aus. Danke. Bin ich überhaupt nicht sexuell. Bei mir ist zwar immer sehr vieles gleich sexuell, aber das wäre mir zu sexuell. Hier verbreich ein bisschen. Oh, was machen wir denn? Nein. 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 Oh, die Nein-Folge. Hey, perfekt. Kommen wir hier vorbei? Ja. Einmal ein kurzer lang. Aber natürlich, Alter, der Schnaiperspare. Nein. Fuck, 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 fuck. Böse, böse, böse. Ah, schade. Ah, schade. Kein Versuch, was wert. Okay, ein schöner Reset. Einmal hier lang. Und rein da. Ah, fuck, trotzdem die Leute überfahren. Aber wir haben es geschafft. Perfekt. Perfekt. Der totale Sieg war unser. Entschuldigung, da kam mein ur-deutscher Großvater raus. Gut, weiter. Nein, nicht hier lang, hier lang, hier lang, den, nein, nicht hier lang. Da, nein, da, genau. Den Hürdenlauf da machen wir später. Komm schon, hier lang, hier lang, hier lang. Ägyptischen hätte ich gesorgt. Okay. Oh, 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 oh. 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 Hier wird angesackt. Hier wird auch angesackt. Hier wird weggeblowt. Ah, ne, es macht wenig Sinn. Da hauen wir lieber noch eine Balliste hin. Doppel Balliste. Auch noch eine Balliste. Hier auch. Perfekt. Dann ist das eine perfekte Stelle für zwei Ballisten. Sehe ich auch so. Oh, dann haben wir gar kein Geld mehr. Okay, dann müssen wir ihn hier so krass aufhalten, wie wir nur irgendwie können. Noch ein Feuerwerk. Gut, dann müssen wir das nächste Mal so eine fiese Runde am Tor machen. Ja, gut, wir klatschen ihm hier noch eine Kuh hin. Machen hier noch eine Doppel-Kuh hin. Wird ihn zwar direkt vorm Tor nicht bremsen, aber es wird dafür sorgen, dass er langsamer sein wird beim Runterrollen. Und was haben wir nochmal? Wir haben einen Panzer-Boulder, oder? Ja, wir haben einen Panzer-Boulder. Oh, da wird schon geboldert. Ah, minimal zu langsam. Oder zu früh, wie man sieht. Okay, da wird geboldert. Boulder, Boulder. Ah, perfekt. Geblowt. Gesackt. Ja, Mann, jetzt ist der Wargleich wieder aktiv, wahrscheinlich. Wie, für Schweren auch noch. Alter, der hängt da ja immer noch fest. Geht, der Doppelstiel ist natürlich schon gemein, deswegen machen wir den direkt mal tot. Alter, der hängt immer noch. Wie geil. Naja, der ist schon ein ganz schönes Minenfeld gebaut, äh, Spitz hier. Oh, nein. Leiperelefanten mit Zweifelsperren. Gut, dann hier unten lang. Durch das Minenfeld. Wo immer das für ein Ding sein sollte. Dann einmal hier rum abkürzen. Werden wir jetzt überhaupt noch schnell genug? Gut, jetzt holen wir Speed. I am Speed, motherfuckers. Und, bam. 190. Ja, kann man machen. Gut, wo ist denn unser Tor? Gut, äh, ich hätte gern hier einfach noch ein paar Ballisten drin. Weil das ist einfach ziemlich belgisch, wenn hier Ballisten stehen. Kann man Großkursor bestätigen, das Belgier? Habe ich mal gehört. Ehe, der ist ja echt fast erledigt, der Kollege. Dann wird hier noch ein wenig geblowt. Genau so. Wird auch noch geblowt. Mit der Double Cow. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Nein, oh, das bleibt ja da oben hängen. Gut, wir müssen uns gleich... Jetzt wird er da unten wahrscheinlich gleich nochmal runter geblowt. Den kriegen, glaube ich, noch down. Gut, der muss erstmal ein bisschen zum Liegen kommen, bevor wir hier blitzen können. Perfekt. Das macht nämlich gar keinen Schaden. Der ist immer noch im ersten Blow. Okay, äh, gut. Dann wird hier noch geblowt. Hier wird noch angesackt. Hier kommt natürlich Feuerwerk hin. Und go. Alter, der hängt immer noch so geil fest. Der hat doch gar nicht weitergebaut, oder? Alter Sucker Blow, Beste. Alter, gegen Sucker Blow hat niemand eine Chance. Was hat jemand wirklich toll? Gut, dann mal hier lang. Was hier vorsichtig durchs... Mineralmienfeld... Okay, jetzt ist er unterwegs. Mal gucken, ob der überhaupt noch ankommt. Okay, da. Da unten kommt er. Uh, das hat Schaden gemacht, das hat Schaden gemacht Aua, ein Ding haben wir gefressen Okay, er ist tatsächlich noch angekommen Wow Alter, der hat ja ewig und drei Jahre gebraucht Und Ähm, 193 Not bad Gut, wir müssen die Brücke nochmal verstärken Hatte die Brücke geknackt Eigentlich nicht wirklich, oder? Nochmal eine Balliste hier Dann wird er hier nochmal weggeblowt Dann kopiere einfach nochmal ein Feuerwerk hin Dann machen wir hier so einen Double Blow Hier nochmal Double Balliste Gut, dann Vielleicht für ein extra Fireworks hier Nochmal ein Whale hier Firework hier drin Vielleicht noch ein Wal hier oben Ja genau, so ein Wal, der ihn dann runter spuckt Perfekt Und Bäm, Lightning Und da wird er direkt geblowt Und runter mit ihm Perfekt Gucken, ist der Wal wieder aktiv? Nein, aber er fällt wieder runter Warum auch immer Okay, dieses Mal hat er weitergebaut Aber wir können eigentlich alles ignorieren Okay, den Bullen einfach ausgetänzelt Sie nannten mich auch Hauptmann Den belgischen Bullentänzer Alter, der hängt ja immer noch Alter, die Stelle ist so gemein mit dem Wal Da hat er keine Chance Nein Oh, Alter Der Sniper Speer hat verfehlt Oh, aber dafür die Oh, Minskormine Alter, das war ein Move Alter, was für ein Move Moldavische Moves haben wir drauf Alter Wir sind Epic Saxgei Saxgei, also mit A Und Bäm Haha, drin Gut So So, fertig mit dir Wunderbar Den Sandbolder freigeschaltet Alter, Jungs Ich sag's euch Saugen und Blasen Okay, klang jetzt falsch Aber ist so Punkt Ist einfach so So Himmelsbulle, der ist nämlich geil Ein bisschen teuer, aber geil So, und ich hätte einfach gesagt Wir hängen hier noch den Hürdenlauf dran Na mancha, hör den Lauf Er hat doch gesagt Als neutraler Botschafter aus der Schweiz Äh, gut Nein Äh, ich hab mich verklickt Den wollte ich haben Gut, ah, er hat den normalen Boulder Ich dachte schon, er nimmt den Panzerboulder Alter, Panzerboulder wäre ja Selbstmord Aua Das hat einen Schaden gemacht Gut, dann wollen wir einmal hier unten bleiben Genau, einmal hier lang Hier unten ist einfach Beste, Alter Geilste Abkürzling im Game Au, Alter Aber die Ballisten waren gut platziert Alter, wie viel hier geschossen wird Zum Glück ist das kein Ding Kein Schadensrennen Und ich hab nur noch voll wenig HP, ey Das muss ich schon wagen Aber egal Rein hier Perfekt Den Adel umgeheizt Genauso muss man das machen Genauso gehört sich das Im richtig männlichen Ballsport Da wird einfach alles umgeheizt Und los geht's Gut, hier lang Hier unten lang Brauchen wir Bremsen, bremsen Perfekt Da braucht man eigentlich den Engelsboulder gar nicht für Aber Engelsboulder ist für die trotzdem Beste Genau, nämlich einmal hier lang Alter, kann ich Nein, okay, es war ein Versuch wert Ich wollte es probieren Weil im Garten Eden Kann man hier abkürzen Wie Penisnase mit dem Ball Aber hier wohl nicht so krass Okay Aber immerhin Wissen wir das jetzt auch Und drüber hier Perfekt Da haben wir ein dänisches Doppel Komm schon Kann man noch ein türkisches Triple draus machen Okay, er hat noch den normalen Boulder Achso, ja, und mein Boulder ist aus Isengard Wir nehmen die Boulders zu Isengard Isengard Aua, ah, und die Alter, ohne Witz, Mann Ich muss auch mal so eine Sniper-Sperr-Akademie aufmachen Oder eher Sniper-Sperr-Schule Dreimal S SSS Und wo warst du, Arbeit? Ja, Alter, ich war in der Sniper-Sperr-Schule In der was? Ja, in der Sniper-Sperr-Schule Ähm Okay Da lernt man aber nicht Bouldern Wie man sieht Ist mir egal Oh, jetzt hat er extra da oben Den Wall hingestellt Alter, wenn wir jetzt noch Leute überrollen Ne Doch, haben wir gemacht Okay, aber wir haben es geschafft Perfekt Ja, gut Dann machen wir das nächste Mal in Battlefinks weiter Aber Ich hätte gesagt Man sieht sich wieder in der nächsten Folge von Rock of Ages 3 2 Das passiert mir das in dem Teil auch schon Fuck Äh Rock of Ages 2 Bigger and Boulder Also Wegtreten Hauptmann out Das passiert mir das inmiddet Das passiert mir das in der nächsten Folge